Tagesenergien, Mittwoch, 1. Dezember. Heute wäre Ihr Lebensjoker möglich. Der kluge Einsatz Ihres freien Willens ermöglicht nämlich derzeit neue Kurven im Lebensweg einzuschlagen. Denken Sie daran, dass es genug und viel gibt, was man mit intelligenten Lösungen anzapfen könnte. Ihre gute Konzentration auf Ihr wichtigstes Lebensthema ermöglicht auch glückliche Fügungen. Ausbildung, lernen, studieren und sogar Prüfungen ablegen, wäre heute empfehlenswert. Und die Bauernregel sagt, fällt heute auf Eligius ein kalter Tag, die Kälte wohl noch vier Wochen dauern mag.